So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, weil da drüben im Zimmer ist meine Schwester, Leute, es ist jetzt gerade, ähm, so 11 Uhr oder so, ähm, ich weiß gerade gar nicht, auf jeden Fall, ähm, ist gerade der 31. März, genau, und, äh, dann ein paar Stunden ist der 1. April, Leute, ähm, genau, weiß ich, wie es gerade anbietet, mache ich jetzt den Prank, die, die Revanche an meine Schwester, Leute, und, ja, ich hoffe, man kann mich verstehen, ja, Leute, meine Haare sind auch ein bisschen durch den Wind, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach den Prank, ähm, die Revanche, die zocken jetzt da gerade drüben, äh, Wii noch bei sich, und ich tue jetzt auf jeden Fall die Zahnbürste von meiner Schwester, richtig schön mit Salz, äh, voll machen, und wenn sie sich nachher die Zähne putzt, mal schauen, wie ihre Reaktion ist, ich hoffe, das wird geil, Leute, und, ja, dann sehen wir uns, wenn ich die Zahnbürste voll Salz mache, so, Leute, wir sind jetzt im Bad, Leute, ich habe mal keine Ahnung, welche Zahnbürste der hier, scheiße, 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 egal, Leute, egal, ich mache jetzt einfach nur die hier voll, okay, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es übst wohl, okay, ich weiß nicht, aber auch nicht über die Zentrale von留言, Leute, die Zeit ist ja auch nicht sicher zu Hause. Mensch kann code az InstitXTivikations nanousing, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020